so ready to play ja sind wir der tag hat gerade angefangen dann wollten wir jetzt kaninchen jagen erstmal im winter aufklappen dann wollten wir kaninchen jagen am besten mit der axt haben keine axt mehr so also wollten jetzt kaninchen jagen und dann wollten wir zurück zum basis lager nummer zwei gucken wie das da mit den farm plots aussieht ob da inzwischen was gewachsen ist wenn ich wäre das echt albern also es gibt zwar noch diese aufstufung von der schnelleren farm und der viel schnelleren fahren aber dafür bräuchten wir wieder mehr forschungspunkte wo waren die waren hier und wir brauchen keine forschungspunkte verbrauchen wir nur kohle das für den pot jetzt damit können besseres essen machen das sollte vielleicht auch demnächst angehen wenn ich mal einen stein finden aber ja das wollte ich gar nicht drücken wir haben gerade die schnelle farm gekauft für 200 forschungspunkte die sollten wir noch mal testweise neben die anderen farm plots setzen so kaninchen du bist so nah dran oh die darunter sehen gut aus so du auf den zack nummer eins und wir haben keinen platz dafür wir haben sie 71 84 so jetzt haben wir den platz du bist auch weit genug weg du da oben inzwischen auch ja sehr schön wir haben schon acht gekochtes fleisch jetzt noch mal drei extra und wir brauchen so fünf bis sechs pro tag als wenn wir jetzt schon direkt ins basislage gehen würden können wir da zwei tage bleiben wenn wir da kein essen finden und wir finden immer irgendwas und seien es nur irgendwelche sagen können so du das loch vielleicht dann hörst du zu dem da sehr schön brauchen wir da unten bei den nicht schweinen irgendwas anderes grasbüschel die sollten wir noch mitnehmen und kein platz wird gleich gegessen grasbüschel schaufel so davon nehmen wir den ganzen stapel mit holz haben wir noch können wir unten aber auch jederzeit anbauen da ist kein mangel vielleicht noch ein paar bärenbüschel da hatten wir drei stück mit runtergenommen und die auch schon gedüngt auch wenn er bisher nichts bei ausgekommen ist aber ja und wir haben noch drei flint und einen spaten braucht zwei eine spitzhacke auch das heißt wir können jetzt keinen sparten mehr bauen na gut dann was nehmen wir jetzt noch mit wir wollten die goldener jetzt auch mitnehmen das heißt wir nehmen die pickaxe in die hand das gold mit jetzt können wir so ein forschungs ding uns bauen wenn wir da noch keins haben und hier liegen noch holzlöcke rum die kommen auch mit einmal drehen bitte da haben wir keinen platz für also wir haben essen wir haben grasbüschel wenn auch nicht sehr viele aber die reichen erstmal die sind echt tierisch viele kanickel 1 2 nehmen noch mit und du gehörst du zu dem da und du gehörst zu dem da ne du gehörst du nach oben komm schon noch ein zwei stück fleisch ich glaube die wollen nicht ne da sollten wir auch nicht zu viel zeit verschwenden wir laufen jetzt direkt ins zweite lager wird ja auch gleich schon wieder nacht das geht echt tierisch flott aber da ich die aufnahme gestartet habe als das gerade erst tag geworden ist kann ich gleich mal gucken wie lang ein tag ist momentan sind wir ja bei knapp fünf minuten aufnahmezeit also fünf minuten dauert der tag und dann die nacht vielleicht noch mal so drei minuten das heißt ein ganzer kompletter tag sind acht minuten das ist tierisch flott na gut wir laufen jetzt über die ganz lange brücke da kriegen wir bestimmt wieder ein zwei samen geschenkt aber wir haben keinen platz dafür ich könnte jetzt schon mal kurz gucken ob man irgendwas aussortieren kann aber sieht nicht so aus naja kommt alles gleich ins lager auch wenn wir noch keine kiste haben jetzt gerade mal eine halbe stunde oder so hier dass ich das gemacht habe aber schon wieder vergessen na gut werden wir dann sehen müssen wie weit ist es noch wir müssen an den spinnen vorbei ich mach mal ganz kurz eine fackel und dafür lassen wir die gerösteten samen nicht da sondern essen sie einfach auf so jetzt ganz schnell zum basis lager ja spinnen wir uns aber gott sagen nicht verfolgen sondern nur eine dunkelheit rumschreien einfach den weg folgen ja ja nicht von den ganzen verschwinden und auftauchenden bäumen ablenken lassen oder von den nicht schlafenden kühen ja sehr schön lagerfeuer so und gleich eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn gras da rein und wir haben noch keine kiste außer ein jakt steht drauf was hat sich noch so verändert wir haben das erste was wir angepflanzt haben ist fast fertig gewachsen ohne dass wir irgendwas gemacht haben das ist schon mal sehr gut die anderen sind auch fleißig am wachsen das heißt eventuell brauchen wir die ganz großen schnellen farmen gar nicht und einmal bären sind gewachsen samt trutharn sperr naja jetzt im dunklen trutharn jagen ist keine gute idee da kommt bestimmt noch mal wieder oh und die bären brennen ich kann brennende bären nicht aufheben gut pflanzen wir das restliche gras nochmal an ich denke mal das wird auch hier drauf wachsen ja tut's sehr schön so und wenn wir demnächst noch mal hierher kommen wieder mit krass dann sollten wir es irgendwo anders abbauen das nicht irgendwann aus versehen mal alles auf einmal abrennen sondern immer nur die hälfte oder so genau das gleiche bei den büschen hier äh und ein forscher maten hatten wir hier schon also brauchen wir ihn dafür nicht ähm kiste hätte ich noch ganz gerne also selbst wenn da schon eine drunter liegt irgendwo könnte ich noch eine zweite gebrauchen denn wir brauchen immer mehr stauraum so wir haben zwei flint dann mache ich jetzt mal eine axt oh die axt braucht nur ein sehr schön und hack jetzt die ganz großen bäume ab und das gras wächst auch gerade nach sehr schön also ich bin echt gespannt was für forschung freigeschaltet werden mit diesem forschungsgerät nein 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 das ist nicht gut das ist nicht gut genau das ist mir letztes mal passiert nein 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 lauf durchs feuer lauf durchs feuer lauf durchs feuer das scheint sie nicht zu kratzen ähm ja also ich lauf einfach erstmal weg ach einer stehen geblieben sehr schön zweiter stehen geblieben also verfolgen sie einen doch nicht ewig so und den haue ich jetzt glaube ich einfach mal um komm schon komm schon komm schon komm schon die halten tierisch wieder aus die halten viel zu viel aus und meine axt geht dabei nicht kaputt boah aber dafür ist mein loksud kaputt gegangen auf 50% runter das passiert wenn man sich noch ein einziges mal verklickt das ist echt übel so ähm die kaputte pickaxe lasse ich mal hier liegen dafür nehme ich das Fleisch mit die Wolle würde ich auch ganz gerne mitnehmen ne lassen wir das Gras hier liegen so der hat richtig viel Fleisch dabei sechs Stück so eine andere Art von Fleisch hm ja der Haken ist nur wir wissen nicht ob die respawn wenn nicht dann haben wir ein Problem weil dann kommen wir nicht mal in den Dünger ran ne ne ich will dich nicht angreifen tu mir nix und die scheinen auch nicht zurück zu ihrem Stammplatz zu gehen sondern jetzt tigern die hier in der Wildnis rum weil sie mich verfolgt haben das heißt um den Dünger aufzusammeln müssen wir jetzt durch die halbe Wildnis laufen ist auch nicht so toll da muss ich mir was überlegen das heißt aber auch wir könnten theoretisch einen anhauen und dann so laufen dass die da stehen bleiben wo wir es gerne hätten auch wenn das wahrscheinlich tierisch viel Arbeit ist aber eine Möglichkeit wäre es wenn es nicht irgendeine andere Möglichkeit gibt die zu zähmen oder zu bewegen welchen Lasso oder irgendeine Nahrung die sie gerne haben so komm schon gib mir das genau so oh das sieht nicht wie ein Kürbis aus das ist ein was bist du eine Drachenfrucht interessant also kommt wohl immer was anderes raus was für mein Platzproblem nicht gerade förderlich ist aber allgemein sehr interessant so mehr Holzbretter komm jetzt mal weg ich würde das jetzt ungern alles auf den Boden schmeißen weil ich weiß nicht was geklaut wird was brauchen wir eigentlich für die große Farm noch mehr Holz noch mehr Gras ja Holz ist nicht so das Problem Gras schon eher aber ein bisschen Wasser ist ja schon wieder gewachsen bei uns ja und ich hätte den einen Jack da mit dem Speer angreifen sollen nicht mit der Axt aber na gut man lernt immer dazu das ist ja auch der Sinn des Ganzen chop 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 da habe ich gerade wohl richtig kräftig geschlagen so weit wie das geflogen ist und wenn ich das nächste Mal Bäume pflanze sollte ich die nicht so nah beieinander stellen weil das rausgepflückt ist ist ja schon ein bisschen nervig und da kommt noch was anderes bei raus und weh du ist das so was haben wir hier ein Radieschen Pomo Granate Pomm Granate oh oh das klingt gefährlich ein bisschen Dünger und ich sollte diese Pomo Granate nicht in der Nähe von der Stelle ablegen wo ich normalerweise mein Lagerfeuer aufstelle so also wir brauchen mehr Holz dann haben wir das gleich schon wieder Nacht dann können wir entweder das ganze Fleisch braten damit es nicht mehr so viel Platz wegnimmt die nächste Tag ist das auch schon bei der Hälfte und ich komme nicht an diesen genau an den da ran äh so ist richtig ja ich muss tierisch aufpassen dass ich die nie wieder aus Versehen anklick das muss echt nicht sein so die sind noch nicht groß genug der da ist groß genug chop 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 mit dem alten Wackelkopf Wilson sieht echt zu geil aus so die fliegen schon wieder so weit weg zack 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 und ein Lagerfeuer hätten wir gerne und wir haben dafür kein Gras das heißt wir müssen jetzt zwischen den Viechern das Gras weg sammeln ja so rum ist einfacher so drei Gras und ein Lagerfeuer da so hin sehr schön verbrennen tun wir was von dem Dünger nee Holz dauert so lange zu hacken das will ich nicht verbrennen na gut verkochen wir erstmal das Fleisch und danach überlegen wir uns was wir verbrennen wollen wir könnten auch die Tannensapfen verbrennen aber erstens weiß ich nicht wie viel die bringen also ob man da auch nur fünf reinwerfen müsste oder zehn und ich brauch die auch um neue Bäume zu setzen aber wir haben echt genug Bäume komm wir probieren mal aus wir schmeißen jetzt eins zwei drei vier fünf Stück da rein und gucken ob es die Nacht nein das meinte ich damit dass wir mehrere Parteien Gras setzen sollten alles Gras verbrennt unsere Büsche verbrennen und die beiden Jaks gut soviel dazu ich hoffe mal dass das große Lagerfeuer auch ein bisschen sicherer ist ja ein sicheres effizienteres Feuer sollten definitiv Stein finden die herr und das das da